hallo da sind wir wieder schräg im bild das sah witzig aus genau ich habe einen warum ist denn so schräg sehe ich jetzt erst ja gerade ja ich habe ja ein wasserglas fahrer direkt im experiment an und ich habe hier bananensaft aha das lecker finde ich auch aber das jetzt rein physikalischer natur so andere ist ganz kurz wirst du dich nicht groß machen ja vielleicht guter hinweist danke so ist es nicht ganz jetzt ist ein bisschen schärfer so ich habe sogar gemacht damit bei den laser besser sieht was nämlich worum es heute geht ist ein bisschen datenübertragung ich meine wir hatten das schon mal und eine ein tolles phänomen ist wenn man einen laser nimmt und ich werde jetzt mal hier von der seite in das glas hinein schießen lassen man kann es nur kann es glaube ich nicht so super sehen wie ich mir das vorgestellt habe aber man sieht schon dass er an der oberfläche reflektiert wird ja ja genau also es gibt hier eine schön ich versuche das mal mit der kamera so kann man verbessern das ist doch sehgras das ist ein laser vielleicht musst du mehr bananensaft dran mehr aber nach ja was hier was man hier jetzt sieht ist total reflektion an der grenzfläche von wasser zu von wasser zu luft das das wasser hat einen brechungsindex von 1,33 und luft hat einen brechungsindex von 1 und deswegen wenn man unter einem spitzen winkel unter einem stumpfen winkel rein geht so wie jetzt dann wird an dieser grenzfläche der strahl total reflektiert und das auch im prinzip dass das wirkungsprinzip einer glasfaser eine glasfaser funktioniert so dass man in der mitte ein bestimmtes glas hat mit einem brechungsindex und außen ein glas mit einem niedrigeren berechnungsindex und an der grenzfläche kommt es dann zu einer totalreflexion es gibt noch mehr technologien das macht dass das sich der brechungsindex langsam ändert und dann wird der strahl so wie einer kurve abgelenkt und nicht direkt so reflektiert man braucht aber nicht zwangsläufig irgendwie glasfaser um das zu machen man kann deshalb diese totalreflexion in einem wasserglas oder in einer wasserflasche machen aber man kann auch dass das licht tatsächlich durch ein medium wandert und immer wieder an der oberfläche hin und her reflektiert wird durch was anderes zeigen und das habe ich hier schon mal vorbereitet hier ganz unauffällig auf der rechten seite steht eine wasserflache drehe das mal so ein klein wenig damit man es besser geht ja hier und da habe ich ein kleines loch da tropft es auch runter ein bisschen weiter hinstellen und da sieht man schon dass es rauskommt und wenn ich jetzt wenn ich jetzt gleich oben die flasche öffne kommt luft rein und dann schießt das wasser in einem strahl raus und wenn ich dann von hinten hier genau das laser dran halten dann der laser durch den wasser strahl wandern und dann wird er hoffentlich in einer kurve abgelenkt wir probieren das mal das ist ja viel besser als seegras hier könnte man das nicht beim medic in piss machen in brüssel dann muss man muss man nur ein laser hinter da wo der wasser strahl raus kommt halt also ja hinter die düse dann funktioniert das ja wäre doch geil ja aber wie man sieht na es funktioniert das wasser im das nicht quasi durch den wasser strahl ablenken zu lassen es wirkt ein wenig so wie frauen die so schmuck präsentieren wenn du deine hände da rein hält und dann immer auf verschiedenen fingern im teleshopping bestellen sie jetzt es gibt diese wasserflasche mit einem loch drin und den laserpointer und die sind nur noch drei verfügbar drei und ich schalte gleich den buzzer frei sehr cool ja in 80 gab zu viel teleshopping mega gut selber ausgedacht das habe ich mir das habe ich mir tatsächlich oder was heißt selber ausgedacht ich wollte das machen weil dieses experiment kann kann ich noch aus dem studium aus der laserphysik und dann habe ich kurz mal nach gegoogelt und natürlich natürlich haben unsere lieben kollegen von methodisch inkorrekt das auch schon mal durchgeführt ja quasi nur verbrannte erde ganz deutschland verbrannter physikerde finde ich nicht ich finde ich finde nicht dass das das was anderes nikolas erklärt das auch sehr schön wir haben ein video davon gemacht das poste ich hier auch mal wenn ihr wollt könnt ihr euch das reinziehen nikolas hat das glaube ich im rahmen der tincon gemacht wo er es erklärt hat wie glasfaser und so funktioniert und er hat dann auch eine glasfaser das zeigt auch ein schönes experiment aber er benutzt einen roten laser den kann man halt nicht so gut sehen nein nein um gottes will nein ich meine das verbrannte erde auch nein ich meine das im sinne von verbrannte erde auch es gibt eigentlich so gut wie kein physikalisches experiment was man mal so eben machen kann ohne auf nico und reini zu stoßen die es schon irgendwann mal gemacht haben wir müssen ja auch ich meine das was sollen sie sonst ein paar sachen haben sie noch nicht gemacht zum beispiel ja ich weiß nicht ob sie das mit dem uso auch gemacht ich glaube das haben sie auch gemacht aber ich meine das mit dem brechungs index mit den kügelchen die wir haben das haben sie noch nicht gemacht ja auf jeden fall ist ich bin froh dass es so gut geklappt hat also ich habe es vorher einmal ausprobiert da konnte man es nicht so gut sehen auf der kamera aber jetzt hat es mega funktioniert das freut mich total ich glaube dass das erste mal dass ein experiment hier auch an hier berichtete es hat aber es hat aber auch mit lasern zu tun und wo ja danke 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 es hat auch mit lasern zu tun und das ist ja das was ich mal gelernt habe also laser durch wasser flaschen schießen sehr gut das ist ein studiengang ja ich habe ich habe ich habe ich habe physik studiert aber dann die 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 spezialisierung war laserphysik ja ich weiß das war auch nur ein scherz es war ein sehr dummer scherz nein ist okay ist okay okay warte dann fällt mir bestimmt noch ein an ja juja rede erst ich habe noch was ich habe gleich was aber ich kann mich dazu einen scherz raus nicht ich habe hier noch ich habe das noch wurde ich habe das vor der pause angekündigt ich habe noch so ein richtig schönes plattes tier hier zum thema rate rätsel dings aber ich wollte inga bist du vielleicht mal kurz erzählen warum wir überhaupt auf glasfaser und laser gekommen sind ja es hat einen grund warum ich das erzählt habe nicht nur weil glasfaser durch den atlantik laufen sondern auch weil inga ein inga ist ja fleißigste was was recherche angeht und hat ein cooles tier entdeckt ja ich habe ein tier entdeckt genau ich habe das ist auch noch wo ich vorhin von sprach im rahmen des tier rätsels aber man tier rätsel recherchiert dann muss man halt gucken was man kriegen kann und ich habe die seemaus gekriegt ein tier was man bestimmt sehr gut illustrieren kann das muss man mitdenken und die seemaus ist der wurm des jahres 2007 denn die seemaus ist natürlich keine maus sondern ein boston wurm ganz klar das sagt ja schon der name ich habe andere ein ein video dazu geschickt dass wir uns gleich jetzt zur gemüte führen können was ich zum thema wurm des jahres 2007 da steht überall ist es der wurm des jahres 2007 und es wurde vom wattenmeer also vom nationalpark deutsches wattenmeer auserkoren um diesen wurm sympathischer zu machen oder mehr unter die leute oder die bedeutung des wurmes für die menschheit ein bisschen hervorzustellen das schlimme ist wenn man auf der seite guckt vom nationalpark deutsches wattenmeer diese seite ist ein 404 error die gibt es nicht mehr die haben diesen wurm seinen prestige aus dem jahr 2007 entzogen ja das ist ein bisschen dramatisch aber das besondere ja bei dem wurm gibt es gar nicht so viel zu sagen außer der wird bis zu 20 cm lang er sieht krass aus das gucken uns gleich an und seemaus ist ein name von dem habe ich euch schon berichtet wo wir eben wo ich eben die assoziation mit mannequin piss hatte falls ihr das kennt das ist dieser dieser pinkelnde jüngling in brüssel da geht es ja um das männliche geschlechtsteil hat die seemaus etwas mit dem weiblichen geschlecht teil zu tun eigentlich nicht zu tun aber es ist eine assoziation von liné das ist dieser schwedische atembestimmer der hat sie afrodita akuleata benannt aber erst nachdem fischer sie seemaus nannten und zwar weil dass man wenn man diesen diesen borstenwurm fängt und ihn umdreht dass der aussieht wie ein weibliches genital ja und was das mit glasfaser zu tun hat wollen wir uns erst das video angucken ja dann ist es einfacher nachzuvollziehen ich habe gerade schon einmal kurz mannequin piss gezeigt das ist gut danke ja mannequin piss der könnte so laser pissen das wäre doch cool das wäre es oder dann hätte das auch mit glasfaser zu tun so dass hier ist das video von einer seemaus okay achso ihr seht es jetzt gerade nicht ich mache es einfach an man sieht man sieht die seemaus von oben und von unten und es ist auch kein ton damit bin ich wieder irgendwelche rechte problematiken haben danke guter hinweis ja es blubbert nur im hintergrund weil es in einem aquarium aufgenommen worden ist da wird sie jetzt auf den rücken gedreht und da sieht man die unterseite und da rollt sich die seemaus zusammen darfst gerne frei assoziieren andré the floor is yours oder auch liebes publikum hat das ähnlichkeiten mit weiblicher anatomie die unterseite oder die oberseite was denkt ihr ich finde in dem video sieht man das gar nicht so gut also ich finde auf den fotos wenn man das googelt finde ich das eher dass das hinkommt aber in dem video sieht man mega toll mit den haaren wie das licht da drin ja genau ja und so sind wir auf glasfaser gekommen weil diese haare sind so sind so schillern in allen farben weil sie lichtleiten genau also die haben eine regelmäßige waben struktur das habe ich nämlich bei der recherche auch herausgefunden es gab 2001 ein paper dass ich euch mal weitergeleitet hatte und da ging es darum da haben leute von der university bath die sich sonst mit leitungsfähigen materialien anderer art beschäftigen nämlich auch bei schmetterling ist es ja auch so dass sie so eine flügelstruktur haben die sind ja eigentlich gar nicht bunt es ist ja nur das licht die lichtbrechung die die schmetterlings flügel bunt erscheinen lässt und bei diesen seemäusen ist es auch so aber es ist einfacher als ein schmetterlings flügel aufgebaut das sind ist eine wabenstruktur und in den chitin röhren sind regelmäßig angeordnete kleinere chitin röhren und das paper andre das da sieht man das sogar das hatte ich dir ja mal geschickt als du es wieder findest kannst du das auch noch in groß zeigen das ist nämlich da ja ja ich gucke mal gerade ja ja take your time da sind proben genommen worden von diesen borsten von diesem jahr viel borstigen ringelwurm und die haben sechs ecken diese borsten sind sechseckig angeordnet und haben ein durchmesser von 0,2 mikrometer und sind organisch hergestellt und das fanden die forscher mega interessant weil man wenn man sonst so glasfaser herstellt ganz schön aufwendig diese kristallstrukturen physikalisch unter großem druck und großem aufwand herstellt und das viech ist in der lage das einfach organisch so bäm bäm da raus zu hauen findest du das wieder andré ja ich habe hier sie maus and photo photonic crystal ja genau das ist das paper gewesen und ich sehe selber leider gerade nicht ich sehe man auch und dann ich müsste sonst mal auf twitch ich müsste mal aber auf unserem twitch gucken dann würde ich das vielleicht auch sehen was die zeigen kompetenz ist meine kernfähigkeit hoffentlich ruckele ich jetzt nicht gleich weil ich überforderten internet zugang ich sag mal noch ganz kurz weil olav hatte von irgendwie gefragt was wir von sea shepherd halten also ich kann ja was wir davon halten ich kann nur sagen was ich davon hatte also ich bin seit vielen jahren mitglied und zahl da regelmäßig und ich glaube man kann da viele kontroverse dinge dran sehen aber ich denke dass die sich sehr einschutzt einsetzen für den meeresschutz und dass wir das brauchen und deswegen unterstütze ich die gerne genau aber viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen hier ist das hier ist das paper aber da du hattest auch gerade das blaue das ist so ein blaues gitter muster da sieht man dass es in hohl ist ja genau sagen ja ja das ist so ein querschnitt durch so eine borste und das ist halt super attraktiv als wenn man das nachbilden könnte und verstünde wie diese seemaus ihren crazy shit da abgeliefert bekommt weil alle farben dadurch gehen je nach einbruchswinkel und ja organisch hergestellt inga weißt du was quasi diese haare was die funktion ist das weiß keiner das weiß niemand diese diese seemaus ist abgesehen davon dass extrem ja die hat diese zwei geilen geschichten nämlich einmal dass sie nach weiblichen genitalien benannt worden ist also maus ist da in kann die von bei den skandinavischen fischern so das allgegenwärtige wort für weibliche genitalien gewesen linie war da ein bisschen frazier und hat das so ein bisschen im subtext mit seiner afrodite da in der lateinischen nomenklatur verarbeitet und daneben dass es diese physikalische eigenschaft von den bossen gibt das sind so meine beiden highlights ansonsten weiß man von diesen seemaus man weiß nicht wie das funktioniert mit den mit der fortpflanzung so richtig also man vermutet dass die larven als planktonen durch die gegend schwimmen aber man weiß es nicht genau man weiß extrem wenig insgesamt über diese viecher außer eben diese die lustige namensgebung und die erforschen eigenschaften von den borsten und dann weiß man noch ach danke schönes bild noch mal groß ja und dann weiß man noch dass sie wahrscheinlich sich im winter und frühjahr fortpflanzen aber das ist man ist sich halt nicht sicher und man weiß dass sie im schlammigen untergrund wohnen und in versuchen nur dinge fressen die auch im sand eingegraben sind also man kann dem futter vorsetzen dass sie normalerweise fressen wenn das nicht mit sand gekappert ist dann ist es im laborexperiment nicht gefressen worden ja und sie fressen andere viel borster die auch teilweise viel länger sind als die also auch so 60 zentimeter borstenwürmer finde ich auch geil und fressen auch kleine krebse und ja man weiß sonst nichts man weiß noch dass die über 7 zentimeter großen seemäuse eine hohe mortalität haben bei trawler fischerei wahrscheinlich aufgrund der größe dass sie eben im netz hängen bleiben ja und dann habe ich noch eine sache die ich nicht weiter nachverfolgt habe aufgrund von zeitmangel und kein bock mehr nämlich dass anscheinend globuli von seemaus gibt ja ist es dann ist es dann gegen schlechtes internet mal drauf geguckt hat ja ich habe keine ahnung wie das und warum das so ist es gibt anscheinend einen anbieter von diesem globuli und ja ich finde dieses schiller der haare so faszinierend deswegen ja das ist auch ja aber im prinzip ist es ein mysteriöses mysteriöses wesen es wurden schon welche in 3000 meter tiefe gefunden ok bei uns im chat was du schreibst von alles globuli platzenta und hundekot berliner mauer und gegen was gegen abtrennungsgefühl gegen gegen eine mauer im kopf oder und was oder schreibt gab es nämlich beim film in den 80er jahren mit dazu passenden leuchtenden kondomen was die boston zum thema boston am weiblichen genital das müsste mir noch mal genauer erklärt aber was die weiß natürlich leuchtende kondome gibt es damit schalter zum an und aus machen das erinnert mich daran dass ich für meine nächste lesung am sonntag mir so mini ich habe in meinem benno bieber buch auch die tiere der nacht im wald abgebildet und dann dachte ich das geilste nacht leuchtende tier was ich kenne ist ein glühwürmchen und dann habe ich mir aus dem online zauberbedarf solche dinger gekauft wenn man drauf drückt dann macht es so ein glühwürmchen licht und davon habe ich zwei die sind sogar niedlicherweise in glühwürmchen form also so abstrahiert total unrealistisch aber die habe ich und dann kann ich so tolle licht hin und her werf spiele machen wer mich jetzt schon sehr gut solche auch beim science machen mit meeresleuchten echt du hast es auch solche leuchten ja 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 aber kein wunder dass wir zusammenarbeiten voll der gleiche genau da habe ich leuchtzaubern gemacht aber das hat halt meistens nicht funktioniert weil weil da muss das licht also was das darf nicht zu dunkel und nicht zu hell sein und du musst nahe genug an den leuten dran sein und so und ich habe das glaube ich fünfmal gemacht und das hat nur einmal wirklich funktioniert dass die leute das gesehen haben und gecheckt haben und dann haben alle auch richtig geil aber die meiste zeit haben die leute nicht gecheckt was ich da mache und waren eher so was tut sie da mit ihren händen so hey aber einmal funktioniert hat da war es geil wie wie hast du es gemacht ich habe genau das ist so was inga sagt das sind so lichter die du quasi mit drücken an und an machst und so und dann kriegst du unterricht von einem magier der die erklärt wie das alles nicht ausfällt nicht auffällt und dann habe ich halt habe ich halt meeresleuchten erklärt und habe dann quasi so aus der luft quasi habt ihr meint zu nerven vielleicht ist es hier auch und habe dann gewedelt und dann habe ich quasi aus der luft dass das licht gefangen und genau dann hat sich meeresleuchten auf der bühne mit gerechnet und als es funktioniert hat keiner mit gerechnet hat auch keiner gesehen ja doch einmal ich will die gleich mal raus ich zeige euch die gleich noch mal aber dazu fällt mir ein julia du musst dich vorher erkundigen oder ich kann das ja am sonntag auch mal machen wenn ich jemanden findet in köln es gibt zwei bühnen und ich gehe davon aus dass du auf der oberen bühne bist und ich hoffe ich bin selber auf diesmal nicht auf der oberen bühne weil die obere bühne ist nämlich alles hell das ist ein glaskasten und sie haben ja schon gesagt dass es prima und so gibt aber sie haben gemeint man kann es nicht ab dunkel genau dass das ist nämlich das was ich dir gerade mitteilen wollte und das ist nämlich wo ich jetzt gerade auch ein bisschen an meinen glühwürmchen effekt zweifel aber ich mache ja für kinder und deswegen ist es normalerweise im unteren bereich und das ist dann wieder anders da ist es dann nämlich im keller und kein fenster weiß gar nicht ob ich für erwachsene oder für kinder noch für familien machen ja für familien aber du hast ja ein programm was vom inhalt auch vor allem erwachsenere auch anspricht und ich habe so ein wir machen interaktiven waldspaziergang für kinder ab vier das ist andere ich habe noch gar kein programm ich muss das noch ausdenken ja ja ich mache das auch im zug am freitag also ich habe oben eine große vorstellung ich habe ein material gekauft ja ja wann soll man das ich mache jetzt gerade in online workshop mit drei vierten klassen das ist genug arbeit gerade egal die seemaus ist durch ja die seemaus ist durch die seemaus ist durch ich wollte den code checker zeigen ja ja und ich wollte euch noch einen ganz flachen witz mal zeigen gleich nehmen wir mal erst mal den code checker ich noch mal kurz check also ich habe gerade hier aus aus meinem bad ein paar sachen geholt genau und dann ist das immer größer und dann kommt das produkt und dann sieht man schon hier ist viel grün und wenig rot das schon mal ganz gut und dann genau dann wird da eben aufgelistet ob da irgendwie bedenkliche stoffe drin sind oder nicht und auch ob das vegan ist oder nicht das heißt wenn es vegan ist dann ist da kein hai drin und dann kann man da zum beispiel auch klicken mehr informationen und dann ist das wirklich ganz dann müsste dass die ganzen inhaltsstoffe auf und was halt auch cool ist ist man kann dann da auch draufklicken und dann kriegt man zu diesen inhaltsstoffen noch mal genauer informationen also das ist da sehr sehr lehrreich also zum beispiel jetzt bei dem produkt da ist jetzt quasi als böse angezeigt dass da palmöl drin ist ja da dachte man bekommt man kauft was gutes und dann ist da palmöl drin ja genau und da kannst du eigentlich also ich habe jetzt gerade so ein paar sachen irgendwie aus dem bad geholt und genau und die waren eigentlich alle drin also die datenbank ist mittlerweile ganz gut also vor drei jahren oder sowas da war es dann oft so dass man dass dann immer das produkt nicht gefunden wurde oder sowas aber mittlerweile ist die datenbank eigentlich so groß dass da ziemlich viel drin ist und genau und die sagen halt einem auch also da geht es dann eben nicht nur mikroplastik oder so sondern auch ob da irgendwelche bedenklichen inhaltsstoffe drin sind ja auch gesundheitlich bedenklich sind oder so und man kann natürlich auch irgendwie da hinten drauf lesen was da steht aber viele sachen sagen einem dann halt nichts und in der app kannst du dann eben wirklich genau lesen was da drin ist und das ist ganz hilfreich und die funktioniert auch wirklich super easy also habt ihr gerade gesehen mit dem einscannen also das geht wirklich ziemlich gut genau ja und greenpeace ist da auch mit dabei und so ich habe mir das ja gerade runtergeladen und ich hatte ja gemeint man könnte ja auch bier scannen und du meinest es geht um kosmetik aber jules man kann bier scannen man kann auch bier scannen ja das ist neu ja 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 das sagt auch gerade der kochak ersetzt den erziehungsberechtigten er rät mehr den konsum eines bieres einzuschränken ja und ich du trinkst anruf bier fokkaffe mein hat viermal grün hat gering fettanteil geringe gesättigte fett säure gering zucker gering salz ja das ist ökotest label bei mir ist nichts bei mir steht bloß dass hemelinger bei amazon 60 euro kostet wort also mein glänz ich dann muss umsteigen auf flenz das ist da ist in deren katalog hemelinger ist das billig bier schlechthin kenne ich gar nicht ich auch nicht ja das ist quasi das ist quasi von von der becks brauerei das ist das ist das was arme studenten trinken also das ist das da kriegst du ein kasten für acht euro wie wie sternburg oder öttinger ja ja ich glaube ein bisschen besser aber ja die richtung okay die richtung was was ich jetzt neulich gesehen habe ich benutze den code checker auch aber immer mal wieder dann denke ich nicht dran oder sowas aber wenn man dann doch beim einkaufen ist oder so aber was ich jetzt neulich gesehen habe was ich total cool fand ist dass es mittlerweile immer mehr produkte gibt ohne plastik verpackung und zwar shampoo als stück was ja ja aber also was denn ernsthaft festes shampoo hast du gerade entdeckt ja ich weiß es gibt schon länger aber ich habe es jetzt gerade erst entdeckt ich habe das ich habe das auch linda gezeigt man so ja habt da habe ich schon länger haarseife und festes shampoo und so aber es gibt es von dem was ich immer schon benutzt habe also irgendwie das ist gut das greift immer mehr um sich wollte damit sagen ja ich weiß es gibt es auch schon länger ihr seid nicht die ersten meine erfahrung mit schlechtem shampoo ist leider total scheiße ich bin ja ich bin ja begeistert ich fand es super weil es gibt ja extrem viele vorteile inklusive den natur themen also nachhaltigkeit themen aber meine kopfhaut hat zumindest das feste shampoo was ich benutzt habe sowas von gar nicht vertragen und ich habe es nicht auf das shampoo zurückgeführt ich habe so gedacht es ist winter ich habe ganz trockene kopfhaut naja es hatte ich noch nie aber das mag ja vielleicht ist es irgendwas mit hormonen oder so und dann war ich irgendwann beim friseur und dann meint der na festes shampoo muss man gucken ob man das verträgt das ist nicht für jeden alles und so tatsächlich ich habe auch schon ich glaube vier oder fünf sorten durchgetestet und ich musste auch wieder zurück zu flüssigen weil ich hatte ja probleme und auch mit ich habe ja auch sehr lange dicke haare und ich hatte auch so dass dann diese reste da drin auch hängen geblieben sind und so und mein mein friseur war auch so und mit deinen haaren festen shampoo ist ja nicht so egal ich werde ich werde berichten aber ich glaube auch mit kürzeren haaren und so ist das glaube ich auch besser ja ich bin leider auch muss auch wieder auf flüssige shampoo zurück zurück umsteigen aber aber es gibt auch jetzt immer schöne duschseifen kann man zumindest das sich sparen aber das benutze ich immer gar nicht benutze so selten duschgel kann man sich einfach grundsätzlich sparen sondern du wäschst dich gar nicht ich stehe auf meinen natürlichen ph wert und wasche mich schon seit jahrzehnten nicht und trage aber regelmäßig frische klamotten und ihr habt es noch nicht gemerkt ja wie einfach nur mit wasser duschen geht auch das wollte ich damit sagen also ok ja so viel zum thema körperpflege so passiert das halt mit den themen das ja das ist das denn bitte ist es ein regenwald geklöppelter o-saft oder da wurden noch ein paar orang-utans mit reinges oh gott freis assoziieren mit frau doktor schmetzer ne ich habe das gerade überlegt wie irgendwas so schlecht sein kann dass du als alternativen kapris sonne vorschlägst ja also es ist aber ein schönes bild ja es ist furchtbar also ich bin gespannt es hat ja es hat was mit wasser zu tun folgender du hast noch ein klopper ja du hast du wirst noch ein schenkelklopper ja genau richtig schön dummen rätselgag für euch ja hier kann ein insekt fliegen tauchen und sich mit saugnäpfen am weibchen festhalten das ist so thematisch das hatte ich jetzt gar nicht damit gerechnet nicht zu vergessen die gefahren abwehr bei der der enddarm sehr schnell geleert werden kann wer ist dieser wasserspezialist ein kräfer auf jeden fall ja das geneigte publikum kann mitraten bei diesem dumm platz illustrations witz andré guck noch mal genau hin du hast die chance auf ewige liebe habe schon ein blau kräfer nein guck doch mal hier andré was ist denn hier die farbkombination und wo ist was anders farbig als woanders blau orange der der kotflügel käfer hier ist doch überall was und es soll auch eigentlich gelb sein ok der der gelbe unterboden käfer rost käfer ist auch nicht ist auch schön aber gelb brand käfer ja habe ich auch schon mal gehört ja genau doktor herrnett mikroskopie gemacht mit nichts mit käfern nicht mit kräfern ja ja der einzige wirkliche netz doktor ich bin der netz doktor gleich in die knie wenn ich einen netz doktor so ein mist er müssten wieder da sein er zeigt doch mal das bild von geld randkäfer ja bitte zeigt das geld randkäfer geld randkäfer ist jetzt auch selber lesen ich kann es das leider so nicht vorlesen kann dass jemand anders waren gelesen sehr sehr schwierig der männliche wenn sie sich still hält vielleicht der männliche geld randkäfer besitzt einen großen und großen einen kleinen und etwa 150 winzige saugnöpfe an den hinterbeinen sie wollen schließlich gut auf die paarung vorbereitet sein und sich festhalten können aus den eiern entstehen larven die im teich auf die auf die jagd gehen und größer als der spätere käfer sind manchmal leben diese auch kannibalisch geld randkäfer sind kaulquappen fans und lieben jungfische nicht zu vergessen kleine molche zusammengefasst sie kann ich nicht mehr lesen weil da ist eine reflektion sie sind gefräßig über den enddarm können sie auch luft aufnehmen und perfektionieren damit ihren auftrieb der geld randkäfer ja richtig der geld randkäfer echt ein vernichter von leben im teich ja ja der frisst kaulquappen und kleine fische ja und hier naja ich habe jedoch unendlich wir sind 50 verschiedene tiere wir können jederzeit neue machen wir wollen und nächstes jahr kommt das mit den meeres tieren raus freue ich mich schon sehr drauf ja da muss man nur noch ein jahr drauf warten aber ich habe die ersten 25 am samstag abgegeben okay und die nächsten 25 gebe ich dann wird mitte juli ab ja es wird sein so viel weiß ich jetzt schon mal der pyjama ist dabei und das mit den pinguinen über denke ich nochmal ja es ist ein bisschen schwer aber ping und uin uni nur ja das ist halt nicht eingängig ist ja ja das ist einfach nicht eingängig von der illustration einfach weil es bringt auch nicht so viel ich gucke hier gerade andere karten noch durch die sind einfach blöd aber es auch hier ist auch so richtig so alles vergeht im flug paarung eier legen jagen kämpfen fressen nur manchmal verwechselt dieses insekt dunkelgrüne autos mit seinem lieblingsort wer fliegt am teich andre du müsstest höher halten so ich sehe das bild sonst nicht der der die schlank mücke die schlank libelle ja ähnlich also libelle stimmt schon mal die nicht dick libelle die ja das ist schon toll das ist sehr toll andre du bist viel besser als bei dem gelbrand käfer es ist die anders anders für schlank mal libelle die es hat mit genau diesen 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 körperbereich zu tun was ist das für ein körperbereich die 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 ja genau six pack libelle schmal bauch libelle platt bauch libelle ja also ich hatte sehr viel spaß beim erstellen von diesem kartenspiel und den informationen für die illustratorin was sie dazu zeichnen ja ich muss mich gerade entschuldigen weil ich jetzt die ganzen kosmetikprodukte aus dem bad geholt habe angefangen nicht einzutreten es muss sein oh ja ich habe mir eine deocreme geholt falls du nichts gefunden hättest aber das mache jetzt nicht mit dem kartenspiel hast du die zeichnung hast du dir dann überlegt oder deine illustratorin oder ihr zusammen die die habe ich überlegt also genau ich habe gesagt was man dazu machen kann damit das nicht so richtig scheiße schwer ist für die das ist ja auch so eine echte fleißarbeit ja vor und rückweite machen und ich habe dann immer gesagt was es für ein tier ist und den wissenschaftlichen namen damit sie auch genau weiß welches und dann gibt es ja trotzdem immer noch zehn korrekturschleifen wo du dann sagst na es sieht aber auch noch nicht perfekt aus noch mal auf dem bild und auf dem bild und es ist schon sehr spaßig sich auszudenken wie man das tier so darstellen kann dass das tier nicht gezeigt wird aber eigentlich die wortbestandteile des tieres so dass man es auch halbwegs rausfinden kann aber auch viel also es ist witzig und schwierig gleichzeitig und dass das kann die gar nicht in der zeit leisten dass alles sich so zu durchdenken aber ich habe auch eine gute bekannte mit der ich auch gerne mal konspirativ dann abends darüber telefoniert habe wo ich so hey assoziation sag mir mal was plattbauchlibelle aber auch richtig schwierige sachen so dass egal wie können wir nächstes mal mal weitermachen genau so nächstes mal haben wir haben wir eigentlich haben wir eigentlich schon dato gemacht haben wir nicht haben wir müssen wir müssen das mit dem fußballkalender vielleicht ein bisschen absprechen ich meine wir wissen ja jetzt sind ja wirklich tolle leute gibt die da drauf scheißen aber ich glaube je weiter man in diesem em ding weiter fortschreitet desto mehr peer pressure kommt falls deutschland weiterkommt ja dann wird es immer irgendwie interessanter das habe ich zumindest so mitbekommen insofern lass uns das gleich vielleicht noch mal besprechen intern und dann geben wir das bekannt wann wir den nächsten termin machen und das dann ein bisschen abgestimmt vielleicht dass wir nicht gerade das endspiel aber fußball endspiel naja wenn wir es in der woche machen dann sind wir safe weil ich glaube die ganzen halbfinals und und endspiel sind alle am wochenende also von daher sind wir glaube ich was das angeht ich habe keine ahnung kann ja alles erzählen okay gut ja dann würde ich sagen machen wir sagen oder herzlichen herzlichen dank dass ihr da wart ach so erst mal ne inga wann hat wann Coron âm secondary rein am am we an we an las an Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Nee, sag. Ganz ehrlich. Okay, danke, danke. Ganz ehrlich, auf Discord findet man ihn immer am sichersten, würde ich sagen, weil ich den da immer gleich reinhaue. Und auf Instagram und auf Facebook sieht man den relativ kurz vorher erst. Das muss man mal fairerweise sagen. Ja, ich hau's immer in die Story und es stimmt, dass es sowas wieder kurz ist. Ja, es ist auch zu knapp, also Discord ist the place to know und vielleicht bei Twitch auch, das ist auch gut, da zu gucken. So, das war's dann aber, würde ich sagen. Oder? Ja, das war's. Ja, genau. Ihr Lieben. Mach's gut. Schlaf gut. Toll, dass ihr da wart. Dankeschön. Ja, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.